Nenn ich mein jetzt. Ne, wieso jetzt? Ne, nicht du. Weil dann würde ich mich kurz mal mich muten und die Pause mal kurz stopp machen. Hast du die nächste Pause gemacht, Mensch? Ja, aber dann würde ich mal kurz mich muten. Ähm... Ich kann deine Tür zwar nicht mal zumachen, gell? Ja. Wollte ich nur sagen. Steindach. Softdash ist gerade über die Brauerei drüber. Also ich muss noch ein paar Steindächer craften und ein paar Steinfundamente. Okay. Da, 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 da. Da, 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 da. Steinen. Äh... Mache ich erstmal ein paar Steindächer. Das weiß ich, die brauche ich. Oh Mist. Es geht... Rocks von zwei bis halb vier. Ja, morgen oder was dann? Ja, morgens bin ich eh im TS. Ich hab mal gedacht, eben jetzt mal kurz. Hätte ich jetzt eine kurze Pause gemacht. Ähm... 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 Ja, TS denk ich nicht, dass du darauf hast, weil es kostet auch Geld. So, wieder da und ich fang jetzt das Bierbrauen an. Nice. Hast du... Das Haus ist repariert und äh... Ach, hast du jetzt schon gemacht? Nee, nee. War... War mir ne Frage. Achso, nee. Ich hab grad die... Hey Schatz! 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 Ja? Hinten ist der kleine Bronto. Wo musst du den holen? Ein Diplo? Ja. Könnten wir machen, ja. Wär nicht schlecht, weil der halt auch ordentlich Gewicht tragen kann. Tust du? Oder? Äh, ich hab grad Steinzeuchter drin. Hast du? Okay. Warte mal kurz. Oh, dann hat jemand ne TS-Nachricht gekriegt. Ne TS? Nein, ich hab keine TS-Nachricht gekriegt. Ich auch nicht. Oder hab ich ne TS-Nachricht gekriegt? Ach, äh, der Nightbot hat, äh, Ding. Hat, Ding. Mach. Äh, ja, da oben ist ein Diplo. Und im Wald ist auch ein Diplo. Ähm, ja. Aber hier bei uns? Ja, ne, hier oben, wo ich grad bin, ist ein Diplo. Ja, bei uns hier in der Base auch. In der Base? Hat das nicht verlaufen? Ja, dann... Keine Ahnung, wie der überhaupt hier rübergekommen ist, aber... Ja, aber, falls vorher die, äh, Viecher aufpassen, sonst greifen die denn an. So, wenn die jetzt nicht connected sind und die eine falsch gesnappt ist dann grad... Ja, es funktioniert. So, eins, zwei, drei... Ach, ist wieder nix mehr. Ähm, na, ich baue jetzt hier oben grad... Also, ich denk mal, hier brauchen wir nix machen. Da machen wir dann die Tür rein, eher. Wo wir dann reinkommen. Hier in die Richtung weiß ich noch nicht, ob ich ein bisschen weiter baue, weil hier ist... So, in sechs Stunden haben wir zwei Gläser Bier. Der Berg? Hm... Ich komme drauf. Okay, warte, ich bin gleich mal... Ich geh jetzt kurz ins Haus und dann komm ich mal kurz... Ich, 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 ich wurde aus der anderen Gruppe... Ach so, doll. Im CS wurde mir gesagt, dass ich aus der, äh, Admin Gruppe raus bin. Du, du hast dein, du hast dein Goldschwertchen noch, ja? Hast du echt noch? SoftEis wurde von Krox aus der Servergruppe Admin entfernt. Ja, Admin. Server Admin. Wo mich eh gewundert hatte, warum du das hattest. So, Bern, hat er Natti? Ja, ja, ich pass auf. Oh Gott, das, das wird dauern. Tust du? Ne, ich mach ich selber. Natti, du pass auf den noch. Alex, Haus repariert, Bio-Produktion angeschmissen, hast du Bock mitzuhelfen? Bei was? Das beste Taming-Mittel in-game holen. Ähm, ich wollte jetzt aber oben eigentlich gerade ganz fleißig das Fundament bauen. Ähm, für die Bären. Okay, aber das... Okay. Wieso? Ich, 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 ich kann eh nicht, ich kann eh nicht allzu groß werden da oben. Was brauchst du? Nämlich gerade ein, was Schönes festgestellt habe, ist, dass der Boden da oben so uneben ist, dass es echt kacke ist, da oben was zu platzieren. Ja, was meinst du, warum ich die Brauerei dich da oben bauen wollte, wieder abgerissen hab? Hm. Naja, äh... Ist es in Ordnung, wenn du... Ich leg unten ins Haus auch eine Leitung rein. Mit Wasser kannst du auch machen. Was hast du denn vor, es noch dreist? Äh... Aber lass das Haus, wenn es geht dabei ganz. Ja, keine Sorge. Hier müsste es durch die Wand snappen. Rein theoretisch. Hoffentlich. Rein theoretisch. Hoffentlich. Ich bin ja diverse Male im Redwood gestorben, ne? Ja. Aber auch nur im Redwood. Ja. Weil ich fucking Riesenbeen zählen will. Ah. Ja. Aber das ist halt so fucking schwer alleine. So, ich brauch erstmal nen Tab. Ja, ich hab einen, ich hab einen, ich hab einen. Ich hab genug hergestellt. Musst du an die Bauobjektekiste gucken. Weil die sind nicht ziemlich schwer, deswegen hab ich hier bei unten gelassen. Hab ihn schon gecraftet. Okay. Okay. Aber es ist ja nicht viel. Ja. Nicht schlimm. Ach. Ja, ich schau jetzt, dass ich da oben noch ein bisschen das Zeug hinkrieg, das Fundament. Dann die Bete mit platziere. Ich muss ja was zum Essen holen. Da drüben ist, äh, ich weiß was du zähmen kannst. Da drüben sind ganz viele Vögel. Die was wir haben. Dann hätte ja jeder einen. Zwei von den, äh, von den, äh, von den, wie heißen sie? Killerviecher. Killerviecher. Achso, ja, da hab ich auch schon welche gesehen. Aber Sophos hat nicht drauf reagiert. Da oben sind ganz viele davon. Ja, aber guckt auf die Level. Ja und? Weil der Tame, der Tame dauert halt mega lange, aber alles unter Level 110 lohnt sich nicht. Das ist kacke. Ja, aber den könnten, da könnten wir einen wirklich zum Farmen nehmen mit Gewicht. Gut, das ist natürlich auch wieder ne, war. Ist ja wie bei den Vögel. Also nicht. Weil dann ist es ja wurscht, weil dann können wir den ja selber skillen. Wenn wir einen füllen, äh, fuck. Struktur kann nicht platziert werden, weil was ist weh? Nee, ich auch nicht. Ich finde es schade, dass es nicht schneit. So, wir haben jetzt ne Wasserpassung und ins Haus rein. Ja, ich finde es schade, dass es nicht schneit. So, äh, hier schaut's grad relativ gut aus. Fünf Jahre hier oben kein Schnee mehr. Oh, ach ne, äh, ein Dach konnte ich hin platzieren. Okay, das ist ja egal. Ich brauche jetzt noch drei Fundamente, würde ich sagen. Drei Fundamente, dann wäre hier so eine Art Gewächshaus fertig. Ähm, es gibt vier verschiedene Pflanzenarten. Nein, mehr. Hier, die wir anpflanzen müssen. Ja, aber, äh, es gibt trotzdem mehr deswegen. Ja. Aber die Bären brauchen wir eigentlich nicht anpflanzen. Nein, aber... Das ist ja egal. Oh mein Gott. Ich meine ja nur. Ich hab voll die Idee. Oh Gott. Mir ist grad voll der Dino-Name eingefallen. Ich überleg grad, ob ich den Turm wieder rauf renne, obwohl ich hier grad fertig war, runtergelaufen bin. Wo hast du Wasser? Ach, da hast du Wasser eingelegt. Cool. Gehe so chillig neben der Tür, weißt du? Ja. Ja, dann schmeiß ich mal kurz das rein. Klopp. Und das rein. Klopp. Das ist, ist nicht schlecht. Ich muss mal schnell, äh, von draußen hoch. Ach so, ich kann... Wollen wir jetzt, können wir eigentlich einfach so, zack, Wasser trinken. Ah! Oh, da hat einer den Hund gestreichelt. Das war ich vorhin, war ich mir ja den Cooltop. Das freut den voll. Das ist eine Hygiene. Kein Hund. Der verhält sich wie ein Hund. Ja, die Drogs auch. Äh, das stimmt. So, äh, nee, ich wollte nicht in die Stromkiste. Ich wollte die Holzkiste. Hey! Jetzt, eins, zwei, drei. Gehen wir in die Steinkiste, machen wir noch, äh, drei Steinfundamente, hab ich gesagt, brauche ich noch. Stein. Eins, zwei, drei. Dann hab ich... Tinto. Ist auch fertig. Berries. Haben wir Tinto-Berries? Nein, haben wir nicht. Scheiße. Äh, vielleicht in der... Im... Im Bärenschrank. Könnte es sein. Ne, das hat reingeguckt. Der Bärenschrank ist leer. Dann höchstens im Bronto. Bronto hat nur noch 80 gelbe Bären. Okay. Dann hatte er Hunger. Ich will wieder ausreiten. Dann hatte er Hunger. Und wo brauchst du grad Tinto-Berries? Ähm. Für Heiltränke. Achso. Stimmt. Ähm. Eine Tür haben wir nicht, oder? Nein, haben wir natürlich nicht. Aber ich nehme das Wasserzeug gleich mit. Warte mal in den Schildkröten vielleicht. Hm. Ne, hier sind vier Stück. Die ganzen Wasserleitungen nehme ich mal mit. Ich überleg mal, ob ich es vielleicht trotzdem auf zwei Etagen mache, die das Beet. Okay. Na, obwohl... Doch. Die Fläche ist nicht groß, was ich habe. Das ist das Problem. Die Fläche, die ich hier gebaut habe, ist echt nicht groß. Vor allen Dingen ist... Ne, dann ist es einfacher mit den Wasserleitungen. Macht das euch. Weißt du, was cool wäre? Nämlich diese Petri-Vögel auf Ausdauer- und Geschwindigkeitsskillen. Ja, das mache ich sowieso. Ausdauer. Ja, Ausdauer und nur halt Geschwindigkeit dann nur noch. Ja, Geschwindigkeit nicht. Weil da auch so Düfen-Shit. Das Problem ist, bei Flugdiener kann man keinen Move and Speed mehr skillen. Also Ausdauer mache ich sowieso immer bei den Viechern, weil die ja eh... Ausdauer brauchen. So. Kurz. Da haben wir Wasser. Daher... Dann würde ich einfach mal... Äh... Ne, es ist ein schräges. Und... Vertikales brauche ich gerade noch nicht. Hier ein schräges. Na, weiß ich nicht, weil ich glaube... Grades... Grades kann ich nicht. Genau. Muss ich ein schräges machen. Und ich hoffe, ich komme da gut hin. Ja, komme ich. Eins noch. Dann kann ich hier ein Vertikales draufsetzen. Putz. Das stimmt, da brauche ich erst mal noch so einen Verteiler. Den habe ich nicht gekauft. Ich hätte etwas länger her, dass wir das gebaut haben, gell? Ja, ich habe nur nicht daran gedacht. Ich wusste schon, dass ich es brauche, aber ich habe nicht daran gedacht, vorhin das zu craften. Dann ist da oben... Weißt du, wie du hast mir mal Wasserleitungen gemacht für meine Beete? Hm. Und für die Dodo-Farm. Ja, da wolltest du ja Wasser haben. Ja. Obwohl die Dodo-Farm eigentlich überhaupt kein Wasser brauchen. Ja, aber es ist einfach cool. Ähm, okay. Ne, ich habe keine gemacht, war klar. Dann mache ich mal das Schräge dahin, weil das braucht man nicht mehr. Ähm... Das brauche ich mit, gleich. Das ist aber schwer. Ähm... Aber wer hat da schon wieder geschossen? Ich. Wieso? Er versucht, deinen Deimorfer doch noch da zu holen. Ähm... Aber wenn man nur angeht, der ist nicht gestorben. Brauche ich mir eine Toilette? Wie heißt denn das? Kreuz mit dem Wasser? Weil das heißt nicht Wasser. Ach, Steinabzweigrohr heißt das. Genau, das wollte ich dir gerade sagen. Steinabzweigrohr. Gut, da brauchst du auch nur Stein. Det, 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 det. Steinabzweigrohr. Weiß nicht, wie viel ich da brauche. Ich stelle einfach mal... Fünf her. Ist ja egal. Ist ja eh... Wie gesagt, kostet eh nur Stein. Obwohl die Steinkiste sehr nachgelassen hat. Hab's euch gesagt. Aber wir haben ja nur in den Schildkröten was erst. Ja, da haben wir auch noch. Dafür wird's reichen. Ja, dafür reicht's auf jeden Fall. Öff das Gebäude drumherum zu bauen. Wird halt ein bisschen schwer werden. Ähm. Dafür nehm ich mir jetzt aber mal, äh... Solches ist alles so schwer. Nehme mal die... Die Hälfte der Fenster mit. Und die Hälfte der Wände mit. Ich kann's sogar noch ein bisschen. Ich mach mal die Hälfte... von denen mit. Okay. Letztlich wieder rauf. So. Ähm. Das Problem ist, ich würde schon gerne ein richtiges Gewächshaus bauen. Aber ich hab... Keine Lust so viel Crystal zu farmen. Da geht das mit... Äh... Ding schon um einiges schneller. Mit Stein. Aber ich glaub, das Zeug ist auch trotzdem schweineteuer, gell? Ähm... Was ist schweineteuer? Das Glaszeug. Warte mal. So, dann bin ich eh im Gebäude drin. Wunderbar. Ähm... Kann ich da hinten jetzt... ...ein Steinrohr vertikal eigentlich draufhauen nochmal? Nicht mehr, oder? Kann ich nur noch... Oh, doch, kann ich. Warum brauchst du so'n Abzweig dann eigentlich? Reiß dich mal ab. Hä? Die Abzweigung ist doch vollkommen für den Arsch, wenn... wenn das Zeug sowieso miteinander connectet. Nee, die sind eigentlich voll nützlich. Wieso? Was machst du denn? Ich baue gerade eine Wasserleitung. Und konnte gerade... ...an die eine Wasserleitung, zwei Wasserleitungen ranhauen. Dann ist das doch finesse. Oder nicht? So. Na komm. Da. Wollen wir dann jetzt schnell los? Ich baue doch gerade noch. Den meine ich auch nicht. Ach so. Ähm. Äh, ach, der Dieb blöde schon fertig. Ja, Nati, lass uns mal los. Was? Wohin? Bring einfach auf den T-Rex und folge mir. Ja, warte mal. Folge mir unauffällig. Die ist einfach irgendwie voll schnell. Ähm. Da kann... Auf dem Sattel können auch zehn Leute draus, wie das hier... Ja, den habe ich gerade gelernt. Können wir auch machen. Ich drücke auf I und wundere mich, warum mein Impedan nicht aufgeht. Oh, ich habe nur noch zwei gerade Steindinger. Hups. Warte mal kurz. Ach so. Was brauchst du... Was machen wir, Softice? Riesenbeam, Zähm, immer noch. Oh. So, einfach auf den T-Rex drauf. Ach, wir gehen rüber? Ja, ins Redwood. Dann warte mal kurz, dann... Dann hätte ich ein bisschen Angst. Vor allem in der Kombination mit Softice. Quatsch. Immerhin kriege ich keine... Ich muss dann... Atmein, dann finde ich schnell mein Wasser auf und mein Essen. Immerhin kriege ich keine Disconnects mehr, Alex. Das ist auch wieder wahr. Ja, jetzt hat er es verschrien. Ja, jetzt hast du es verschrien, Softice. Ach, Quatsch. Ich hoffe nicht. So. Jetzt werden hier schon mal... Ja, da kriege ich sogar noch ein paar Bete hin. Äh... Ach, da hinten steht es ja. Nein. Hast du ein DC? Nee. Bewässert. Okay. Ob man was? Einige Maße gerade da vorne haben. Äh, da ist er. Was? Wasser kriegst du unterwegs genug. Ja, es regnet ja auch gerade. Aber ich frage mich gerade, wo mein Sattel ist. Ach, der ist noch auf den anderen T-Rex. Stutz. Dann mach ich einfach den mit Sattel und dann los geht's. Nein, der ist zu schwach. Ich soll auch schon mal hochgucken, was Alex da fabriziert. Mach das. Zack. Zack. Ich hab doch gesagt, ich baue Beete her. Jetzt brauche ich noch ein paar gerade Wasserrohre. Vielen Dank.